Und damit geht's weiter hier mit Let's Play Reason Evil 6. Schön, dass ihr da mit am Start seid. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall... Derrick C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Festhalten! Und damit am Herzen ist willkommen zurück. Das Spiel? Jetzt jetzt! Keine Ahnung, was es eben war. Oh! Ich muss dich nicht schafften! Wow! Oh! Jetzt Oh, danke Der Infektion entkommen Nur um dann so zu sterben Ich kann nicht länger hier bleiben Wir müssen weiter zur Kathedrale Leon, Helena, ist alles okay? Ja Irgendwie sind wir immer noch am Leben Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch Oh ja Ja Und jetzt sind wir wieder hier Dann haben wir das Okay Ach Was soll ich denn? Erstmal die falschen Tasten drücken Äh, okay Gut Also wie wir jetzt immer noch am Leben sind Ist schon wirklich ein wahres Wunder Ruhe Ruhe Ja Ja Ich kriege ein Tritt in die Fresse Das ist gut So Ah, okay Hier haben wir noch ein bisschen Was? Ja Ernsthaft? Okay, oh Gott Du musst da Okay Du musst da also einen weiten Bogen mit den Dinger machen Da musst du sehr rutschig sein Hm? 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 Toll, Sarah, die Muni ist Hm? 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 Du stehst nicht mal auf Wusst, was, was? Okay, wir müssen weiterkommen Glaube, es wird nicht gerade besser, ne? Echt, ja, okay, da hat er dann drüber Wow Oh 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 also ein friedhof ist aber auch nicht gerade schönste ordner um zu ballern sehr schön ich musste echt aufpassen dass diese lücken so rutsche ich gedacht wer ist denn hier ja man was ist hier ohne bankgranate mehr nicht von kanaden im alles an was ich so hunde verdammt verschlossen der darin ist ernsthaft was so muss aber triggern auch hier war die türe ich habe nicht gesehen scheiße was zum auch kaum schlimmeres als einen hund über den friedhof zu ich ernsthaft wieso konnte ich jetzt nicht auf den boden träger jetzt geht es wow danke ich wollte eigentlich übel auf dem kontakt schön jetzt kann ich den hund über den friedhof ist ja nice das wollte ich auch gerade weil das wollte ich auch gerade machen so Danke. Blöde. Lass deine... ...löse Schafe liegen. Alter. Oh, die Hunde, der schrecklich. Aha. Äh! Nimm dir mal ein Rohr, Mensch. Waa... Ja, natürlich. Er hat mich... ...schau mal. Hä, was ist denn jetzt los? hallo ja natürlich danke wir haben ihn gern los sein stimmt doch mal so und jetzt ein gottlos im spiel aber er hat sich wieder gefangen mehr wenn ich noch mal danke weiter und dahinter sei scheiße die waren wir zum gmw oder die rieben wir schon nicht hoffentlich hat er sehr beruhigt ja wo ist der rum aber den er macht doch der ziel wie angezeigt und das ok ja 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 besser wäre hier da rein fallen also das konnte ich eben nicht deuten danke mal auf der kathedrale bei allen auffälliger tschüss ja sehr schön ok ok jetzt war eben ja sind die hunde echt so schlimm die sind ja das sind ja böse biester der fein und damals schlimm in alten wie die teilen oder in ja gut in dem remake ist neu ja in neuem wie die teilen dann sind die hunde ok wir sind drin das kommt helena helena komm einfach zu aufmachen oh wow neun 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 ok ob er das ist mir jetzt beruhigt hat ich habe nächstes mal das game vielleicht nicht starten weil das game ich hier auch neulich ein schreier aber haben die stahl es ist gut er hat ja nicht geschossen egal kommt als die drauf kommen haben Lauf durch. Ist mir jetzt auch egal. Gott. Okay, das ging ja einfach. Eigentlich war die Hundezähne gemein, ne? Die war ja hier am gemeinsten. Mann, ist es schön, sie wiederzusehen. Dann. Jetzt endlich zur Kathedrale, oder nicht? Sehe sie, schnell. Ach so. Er macht das auch so. Ey, der macht das ja schon wieder, ey. Er hat sich wieder. Boah, was ist das ja heute im Game? Warte, 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 mal ganz kurz. Ne. Genau, warte, kurz. Vielleicht geht's jetzt besser? Ey der ist ja richtig nervig und die ganze Zeit so stehen bleibt Oh Gott Cool, danke So, na, nice So Schon mal was abgemobzt hier und mal gucken Hallo, ich weiß, dass jemand da ist Aufmachen Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um Wir sind es doch nur Schnell, lassen Sie uns rein Okay, okay Wir erledigen Sie für Erden Ach, du machst ja den noch einen Deal Hast du überhaupt nicht gesch... Hä? Ja, ich hatte einen eingeschaufelt, fressen Arschloch Ja, mal wieder Energie Ist ja wieder rar gesät hier Wir geben uns alles aus Energie Wir haben mal den Bericht vom Wechtel in die Richtung Oh Mann Wir kriegen Gesellschaft Och komm Zack Ach, Schiss Ach, ey Er soll doch drau... Ja, er tritt nicht natürlich da unten Nicht mehr hauen Weg Oh ne Was habt ihr denn? Oh Gott, er hat die... Ich war ja da... Die ganz bescheuerten Nein Ja Ja, der Tee Boah Durch den Meisten Ja Ja Ich bin über Ja Boah Alter Und nicht gesehen Ich bin über Ich brauche echt was Oh, grün ist Kraut Der Tee gibt keine Ahnung Schau mal, grün ist Kraut Die Knarre Die Knarre Die ist auch noch nicht tot, ne? Ich hab' vergessen Du bist nicht tot Hey, hallo Achso, da muss ich... Achso, da muss ich B dosen Achso Äh, okay Na komm Hallo Jetzt mach ihn doch kaputt Warum nicht? Ich stand direkt vor Diesen... Boah Das ist nicht dein Ernst Ich komm doch mit dir Ich komm der Hänge Ey, ja Scheiße Ja Ah Das denn? Auf damit Ich bin hier nicht umgerotzt Na gut, na gut Jetzt kommt er nicht rein Ah, danke Oh, ich bin hier Da Was kommt? Das macht doch die Blöde Ja Oh, hallo Mach doch die Verfick... Ey, jetzt geht die Tür nicht auf Hi Ah, jetzt mach... Wieso müssen wir nicht bei... Ja Ich krieg die Tür nicht auf Ja, ich krieg die Tür nicht auf Du bist der Wichser hier in deinem Haus Menschenskinder Siehst du das denn nicht? Bist du eigentlich für einen Wichser? Er ist heute Ich weiß, wo ich hin muss Jetzt komm Mach doch die blöde Tür auf mit mir, Alter Ich krieg die Tür nicht auf Ja, du hast ja nichts geblieben Blöde Kuh Äh Ich werd mal nicht mehr bis hin Komm Allo Hier rein! Nein! Und jetzt geht's sowieso nicht Weil, ja genau Weil jetzt hier geschrieben wird hier also muss er erst nicht kämpft der weg kennst du überspringen gespielt ich weiß mehr da noch mal zombies jetzt gleich zu machen dachte ich auch man kommt daran ich hatte gerade ein herz ich hatte gerade ein herz ich kann da nicht rein bist du behindert oder oder was los ich hätte sein herz gerade so schöne als die alte haut hin so weg her so schön dann herz wohl egal jetzt liegen gleich gesagt er ist gemeint das ist der ernste jetzt kommt alter sind sie tut mir leid wir sind keine rettungskräfte dort bei malta ist eine geheimtür die in den keller führt wir müssten sie irgendwie aufkriegen sagen sie mir was da unten ist besser ich zeige es ihnen ok ok leute das machen wir aber nächsten folge alter schwer letzte kampf war geil also spaß macht der kampf halt schon und dann ja also ich glaube ich verstehe auch so langsam warum das der titel ein hasstitel ist das problem ist das spiel erfolgt beim kämpfen seine eigenen regeln deswegen springe ich da die ganze doch nur hin und her du musst immer in bewegung bleiben das ist nicht so wie nur normaler zombie shooter wo du einfach rein hältst und dann ja besiehst die zombies sondern das hat sich sehr seine eigenen regeln ich glaube das war sehr ist sehr das problem warum leute es hassen oder auch lieben also ich mag es ich finde das geil das spiel mir gefällt das echt der endkampf war geil die hundeszene gut ok der oder den hundhörner zu rennen aber sonst muss sagen was halt echt heißt der kampf am ende jetzt auch wenn ich ja man auch wenn ich da jetzt übelst aus dem hau bekommen so unnötigerweise na gut bin tod irgendwie jedes mal in korn mit dem vorsicht auf normal spielen ich glaube höher alter ich würde ja ich habe zwar auch schwer gespielt ich habe sogar durchbekommen also ich glaube ja aber jetzt noch mal ja gut will ich auch hinbekommen vielleicht wenn man halt dann noch die vorsichtiger kämpfe so aber ist schon ganz gut so wie es ist oder ich danke fürs zuschauen ich hoffe jetzt hat ihr spaß gemacht beim nächsten mal geht es weiter vielen dank fürs zuschauen haut rein bis zum nächsten folge euer pyrus tschüssi bis dann tschau